Jeder kennt es, es ist einfach nur ätzend und wenn du jetzt aufpasst, dann weißt du, wie das funktioniert und dann passiert es in Zukunft auch hoffentlich nichts mehr. Yo, Servus Freunde, im heutigen Video möchte ich euch mal eine Problematik erklären, was bestimmt jedem Elektriker schon mal passiert ist oder jedem Handwerker. Und zwar willst du dein Kabel verkürzen, weil du beispielsweise eine Lampe umhängen willst und das Kabel dafür zu lang wäre und da schaltest du ganz normal frei mit dem Leitungsschutzschalter, prüfst auf Spannungsfreiheit, die ist festgestellt und bist dir also sicher, dass keine Spannung mehr anliegt. Du zwickst dann das Kabel mit dem Seitenschneider durch und plötzlich ist das Licht aus. Der Grund dafür ist, dass der FI auslöst. Wie kommt es dazu? Um das zu erklären, dann müsst ihr als erstes mal verstehen, wie ein RZD funktioniert. Ich habe dazu schon mal ein Video hochgeladen, das werde ich in der Videobeschreibung verlinken, falls das manchen noch nicht ganz geläufig ist. Und dann müssen wir uns noch das Netzsystem anschauen. Und zwar sind wir jetzt im TNCS-System. Das heißt, wir haben hier den Hausanschlusskasten, den RZD. Und wenn wir jetzt betrachten, hier, das kommt vom Energieversorger. Und hier, das geht zum Kunden. Wenn wir jetzt den Energieversorger anschauen, da sehen wir L1, L2, L3 und PEN. Und beim Kunden L1, L2, L3, N und PEN. Bis hierhin ist es kein TNCS-Netz, sondern nur ein TNC-Netz. Und erst wenn diese Klemme entsteht, also diese Auftrennung von N auf PEN, dann spricht man von einem TNCS-System. Und so ist auch unsere Anlage aufgebaut. So, wenn wir uns jetzt das Beispiel vorstellen, wir haben hier den Hausanschlusskasten, den RZD und den Stromkreis Reserve. Das ist jetzt einfach den Stromkreis, den wir kürzen wollen. Und zwar sieht man hier, dass der Leitungsschutzschalter aus ist und der Lichtschalter auch aus ist. Wenn wir jetzt hier das Kabel durchzwicken, dann passiert gar nichts. Anders schaut es jetzt aber aus, wenn wir jetzt hier zwei Stromkreise haben. Und zwar, der erste ist immer noch ausgeschalten, Leitungsschutzschalter ist aus, der Lichtschalter ist auch aus. Das heißt, hier ist zu 100% keine Spannung. Hier, wenn wir uns das Ganze anschauen, sieht man, der Leitungsschutzschalter ist ein, der Lichtschalter ist ein. Das heißt, gerade ist jemand auf der Toilette, das Klo, Licht leuchtet. Also, hier hat man Stromfluss. So, wenn wir uns jetzt anschauen, wie der Strom fließt, dann sieht man, der fließt hier von L1, also aus dem Hausanschlusskasten, durch den RZD bis zum Leuchtmittel. Logischerweise muss der Strom auch wieder zurückfließen, sonst würde die Lampe nicht leuchten. Also, wir schauen hier, der Strom fließt hin und fließt wieder zurück, über den Neutral, leider durch den RZD zurück. Anders schaut es jetzt aber aus, wenn wir jetzt hier die Trennstelle durch Seitenschneider, das heißt einfach, dass wir hier mit dem Seitenschneider das Kabel durchzwicken, dann passiert was und ja, es ist richtig, da löst der FI aus oder RZD. Sagen ja immer noch viele FI, RZD, ja. Ihr wisst auf jeden Fall, was gemeint ist. So, der Grund, wieso der FI auslöst, ist ganz einfach. Dazu müssen wir aber erstmal verstehen, wenn wir diese Trennstelle erstellen mit dem Seitenschneider, dann hat man hier für einen ganz kurzen Zeitraum eine allpolige Verbindung. Der löst jetzt nicht der Leitungsschutzschalter aus oder irgendwas, weil hier keine Spannung ansteht. Also hier ist alles spannungslos, trotzdem löst der FI aus und der Sinn dahinter oder die Funktionsweise ist eigentlich total einfach. Und wenn ihr es einmal aufgefasst habt, dann werdet ihr es auch nichts mehr vergessen. So, jetzt betrachten wir nochmal die große Ansicht mit dem ganzen Stromfluss. Und zwar fließt hier der Strom hier, wie wir besprochen haben, zur Lampe, weil der Lichtschalter eingeschaltet ist und der Leitungsschutzschalter. Und von da aus fließt dann überneutral leider zurück. Aber, wir haben ja gerade gemerkt, hier ist eine allpolige Verbindung. Und ich werde mit euch, jeder von euch hat schon mal im Physikunterricht oder in der Ausbildung irgendwas schon mal mitbekommen. Dieser Spruch, der Strom sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und ja, das ist teilweise richtig. Er sucht sich nicht den Weg des geringsten Widerstandes. Er teilt sich auf. Das ist eigentlich die richtige Antwort oder der richtige Satz. Das heißt, der Strom fließt nicht mehr nur hier über den Neutralleiter zurück, sondern hier ist eine Verbindung. Also, hier ist ja die Verbindung. Und deswegen fließt der Strom über Neutralleiter hier und über den PE zurück. Über die Phase kann es jetzt nicht, weil hier ja alles unterbrochen ist. Aber fließt hier über den PE zurück. Ein Teil zumindest. Also, hier fließt Strom zurück und hier. Ja, hier ist ja eigentlich auch N und PE verbunden. Aber wieso ist es hier ein Problem? Das ist ganz einfach. Dafür musst du eben wissen, wie der RCD funktioniert. Aber dazu habe ich ja schon mal ein Video veröffentlicht. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Und zwar, der RCD vergleicht mit dem Summstromwandler den Strom, der über L1 zum Verbraucher fließt, mit dem Strom, der über den Neutralleiter zurückfließt. Das heißt, wenn jetzt der Differenzstrom im Haus, Einfamilienhaus, ist es maximal 30 mA, dann muss er spätestens auslösen. Und zwar, wenn dieser Differenzstrom überschritten wird, also zwischen 15 und 30 mA soll er auslösen, dann muss er auslösen. Wenn wir jetzt hier einen Stromfluss von 1 mA haben, wohin fließt und es fließt ein Ampere wieder zurück, dann passt das alles. Aber angenommen, hier fließt ein Ampere zurück, hier fließt 0,5 Ampere zurück und hier über den PE fließt 0,5 Ampere zurück. Dann ist der Differenzstrom vom RCD überschritten. Der RCD geht von aus, dass ein Fehlerstrom fließt und schaltet ab. Das ist auch absolut korrekt. Das ist seine Aufgabe und dagegen ist nichts einzuwenden. Aber wie schon am Anfang gesagt, ist es nicht immer so, dass es auslöst. Das ist ganz wichtig. Das ist immer zu betrachten, wie die Anlage aufgebaut ist. Im Vorhinein merkst du es eh nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß, wie das funktioniert, sonst was, aber ich schalte ab, zwick manchmal ein Kabel durch, FIs aus, denke mir, oh Mann, ey, schon wird da passiert. Und ganz ehrlich, das wird mir auch noch öfters passieren. Meistens denke ich dran, aber es passiert halt einfach und das passiert manchmal jedem. Und deswegen wirst du dir wahrscheinlich das Video auch anschauen, weil es dir passiert ist und einfach wissen willst, wie es ist. Ja, aber wie gesagt, es kommt ganz drauf an. Angenommen, der Leitungsschutzschalter oder der Lichtschalter hier wäre ausgeschalten, dann hätten wir hier keinen Stromfluss. Dann, wenn ich hier durchzwecke, dann löst der Fi auch nichts aus. Das muss man immer so betrachten, es muss ein Strom zum Verbraucher hinfließen und es muss ein Strom über den Neutralleiter zurückfließen. Und irgendwo musst du halt eine Verbindung zwischen PE und N geschaffen haben. Das ist ein ganz kleiner Augenblick durch den Seitenschneider. Und der Moment reicht schon aus, dass ein Strom über den PE zurückfließt. Wenn jetzt aber kein Strom über den Neutralleiter zurückfließt, dann passiert da auch nichts. Dann kann der RCD nicht auslösen. Ja, was kann man dagegen machen? Das ist, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen klemmt man halt einfach den Neutralleiter ab, den entsprechenden, jetzt den hier zum Beispiel, oder den PE. Gut, ja. Und die zweite Möglichkeit ist einfach, das muss man jetzt so betrachten, braun, blau, grün, gelb, da ist ja ein Mantel außen dran. Du könntest einen Dosenabmantler nehmen, isolierst jetzt hier ab, dann ist nur noch hier ein Mantel dran und hier nicht mehr. Nimmst die einzelnen Trader und zwickst die alle einzeln durch. Dann passiert nichts. So mache ich es auch, wenn ich unter Spannung arbeite. Ja, ich dürfte es. Bevor jetzt wieder die Hater in die Kommentare schreiben. Also nicht die Hater, aber ich weiß ja, im Internet macht jeder immer den Großen und meint, der weiß alles und was für Scheine jeder hat und was jeder darf und sonst was. Aber ja, ist jetzt nicht das Gesprächsthema. Ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden. Und ja, ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Steckt auch immer ganz viel Arbeit in den Videos. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.